Jetzt kümmere ich mich um einen Wassersammler, dazu muss ich feststellen, dass hier erstmal hier unten das Wasser ausläuft, weil dort so eine Art Siffung ist und den muss ich jetzt prüfen. Nachdem ich jetzt hier Wasser reinkleert habe, sehe ich, dass hier unterhalb, sieht man jetzt, wie es raus tropft, das heißt, diese ganze Stopfen, die hier drauf sind, das sind alles lose Stopfen ohne Dichtung, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Und das ist die Form, das ist auf der unteren Seite, also bei diesen Erdtanks, ist nach vorne und nach hinten jeweils ein so ein optionaler Anschlussstutzen, der natürlich nur aufgesteckt ist, was jetzt zur Folge hat, dass dort das Wasser raus tropft. Und das wäre jetzt gar nicht so schlimm, aber es tropft dann die ganze Zeit, wodurch sich das Sand nach unten hin weg geht. Jetzt haben wir hier noch einen zweiten Funk, den mache ich auch auf. So, das ist jetzt WDF 05, die Handschuhe lösen sich dabei auf. So sieht es dann aus, wenn das dann getrocknet ist.